Hallo liebe Weltallkinder, ich habe vor ungefähr zwei Wochen wieder 100 Mikrogramm 1p LSD zu mir genommen und ja, wollte einfach von dieser Erfahrung erzählen. Während diesem Trip habe ich tatsächlich nicht gefilmt, weil die Erfahrung ja ziemlich intensiv war, würde ich mal sagen. Also ich bin da eigentlich gar nicht wirklich dazu gekommen oder hatte selber auch irgendwie gar nicht so richtig Lust dazu. Und ich habe jetzt aber ein paar Tage danach auch noch so ein bisschen draußen gefilmt, wo ich während dem Trip entlang gegangen bin. Das werde ich dann hier in das Video noch reinschneiden, weil ich bin während dem Trip auch ein bisschen nach draußen gegangen. Ja, ihr könntet so ein bisschen so einen Einblick haben, was ich mir dann so angeguckt habe während dem Trip, also die Natur und so. Ja, die Zeit vor dem Trip war es tatsächlich so, dass immer wieder Ängste hochgekommen sind. Also auch Ängste, die mein Ego auf meinen Freund projiziert hat. Zum Beispiel, dass er irgendwie verletzt sein könnte durch Dinge, die ich mache, also die Sorge davor oder dass er mich irgendwie auch verbal verletzen könnte. Und das hat dazu ziemlich viel Verunsicherheit oder Unsicherheit geführt. Und ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass mein Ego eben versucht, durch die Angst eben sich irgendwie festzukrallen und nicht loszulassen. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass mir irgendwie so in den Kopf kam, so eine der Sachen, wo ich am meisten irgendwie jetzt momentan Angst habe, ist, wenn ich jetzt wieder Psychedelika nehmen würde. Und das in Kombination mit meinem Freund, weil da ja alles mögliche hochkommen könnte. Und ja, ich hatte sozusagen Angst vor der Angst und ja, ich bin da auch die Angst davor immer wieder auch so aus dem Weg gegangen, weil ja, bei der normalen Sozialphobie, da war es ja relativ einfach, irgendeine Angstkonfrontation zu machen. So, dass die Angst keine Macht mehr hat, also einfach irgendwie unter Leute gehen auf verschiedenste Art und Weise. Aber wenn dann eben der Partner mit einbezogen ist bei so einer Angststörung, dann ist das Ganze natürlich komplizierter, weil ja, man will natürlich auch Rücksicht aufeinander nehmen. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ja, und das hat ja eben dazu geführt, dass ich die Tage vor dem Trepp immer wieder vor der Angst quasi eingeknickt bin. Und ja, dem Ego quasi nachgegeben habe. Und dann war es an diesem Tag irgendwie so, ich saß am Computer und mir kam die Idee, dass ich mir ein paar von Eckart Tolles Videos anschauen kann, weil der hat ja nicht nur seine Bücher geschrieben, sondern findet man ja auch auf YouTube. Und ich habe mir da, ja, so Videos angeschaut, eben über das Gefangensein von den eigenen Gedanken. Und ja, ich werde die Videos wahrscheinlich auch noch hier in die Infobox tun, weil ihr es ja angucken wollt, was ich mir da angeschaut habe. Und ja, also irgendwie hat es bei mir dann voll viel ausgelöst. Und in einem der Videos hatte er dann auch gesagt, dass man eben so selber entscheiden kann, worauf man den Fokus legt. Und ja, dann kam in mir der Gedanke hoch, das war eigentlich alles relativ spontan. Also ich hatte ja am Tag davor schon mal daran gedacht, das zu machen. Und ja, dann kam in mir dann aber wieder relativ unsicher. Also ja, mein Ego hatte dann immer wieder tatsächlich Angst davor. Und ja, dann habe ich 100 Mikrogramm als PLSC zu mir genommen. Also ich habe es um 16.13 Uhr an dem Tag eingenommen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Und die Minuten danach kam erst mal extrem viel Angst hoch. Ich war tatsächlich sogar am Überlegen, ob ich irgendwie erbrechen sollte oder so, damit die Substanz wieder aus mir draußen ist. Und es kamen auch so Gedanken hoch wie so, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Was ist, wenn die Angst, die jetzt gerade da ist, während dem ganzen Trip bleibt? Ja, also ich hatte ziemliche Panik. Mir war aber auch bewusst, wenn da Ängste während dem Trip hochkommen, ich kann da eben nicht mehr vermeiden. Also wenn man versucht, ja, das dann zu verdrängen, irgendwelche Sachen, die während so einer Erfahrung hochkommen. Oder ja, wenn man denen aus dem Weg geht, dann können sie sich ja riesig so aufbauschen. Und ja, ich konnte damit sozusagen meinen Ängsten nicht mehr aus dem Weg gehen. Und wurde, ja, mit allmöglichen konfrontiert. Und ich habe dann Stück für Stück gemerkt, dass ich dann auch irgendwie langsam ruhiger geworden bin. Ja, ich hatte dann halt auch immer wieder so Videos angeschaut, die vom Ego handelten. Und das Ganze hat sich dann auch positiv auf mich ausgewirkt. Also, ja, ich wurde allgemein ein bisschen ruhiger. Und ich habe dann auch langsam so die ersten Effekte gespürt. Also, ja, ich merke allgemein bei 1PLSD ziemlich schnell was. Also öfter schon nach einer halben Stunde. Und an dem Tag würde ich sogar sagen, dass ich sogar einen Tick früher als eine halbe Stunde schon was gemerkt habe. Und ja, an dem Tag war es so, dass mein Freund eben unterwegs war und er kam dann eben wieder nach Hause. Im ersten Moment hatte ich dann auch wieder so ein bisschen Angst wegen der Substanz. Und habe dann tatsächlich erst mal beschlossen, es ihm nicht zu sagen, dass ich, ja, gut unterwegs bin. Ja, war eben die letzte Erfahrung, die ich auf 1PLSD hatte, wo er auch mit dabei war, zeitweise eben ziemlich schwierig war. Ich habe mich dann auch immer wieder nicht so gut gefühlt, deswegen, dass ich es ihm nicht gesagt habe. Aber ich hatte halt auch die Sorge, dass er sich Sorgen macht, wenn er weiß, dass ich eben auf der Substanz bin. Also ich hatte irgendwie auch Angst, dass er Angst hat. Und es war dann halt irgendwie so, dass ich dann aber erst mal wieder ruhiger wurde. Und die Wirkung hat halt langsam so angeflutet. Und ja, das Schöne war halt auch, dass mein Freund mir sogar einen Blumenstrauß mitgebracht hatte. Ich glaube, es waren weiße Margariten. Aber es kann auch sein, dass es keine Margariten sind, aber auf jeden Fall weiße Blumen. Ja, und dann kam in mir der Impuls hoch, mit meinem Freund irgendwie rumzublödeln. Und also ich musste tatsächlich so arg lachen, wie seit ein paar Wochen nicht mehr. Also ich hatte wirklich schon Schmerzen im Bauch dann vor Lachen und habe mich quasi übers Bett gekugelt. Und ja, habe halt eben mit meinem Freund irgendwie rumgeblödelt. Und abends ist es oft so, dass er dann in den TS geht mit einem Kumpel. Und er hat mich dann gefragt, ob das okay ist. Und ich habe ja gesagt. Es war eigentlich so, dass ich schon gerne noch weiter mit ihm irgendwie Quatsch gemacht hätte. Und weil ich es einfach auch schön fand, auf der Substanz wieder eine positive Erfahrung mit ihm zu machen. Aber ja, ich wollte ihm halt auch nicht sagen, nee, du kannst jetzt nicht zocken. Also ja, kann er ja selber entscheiden. Ich habe ihm aber noch gesagt, dass ich irgendwie später gern mit ihm spazieren gehen würde. Ja, und ob wir das eventuell noch machen können. Und ja, dann saß ich erst mal auf dem Bett. Und die Angst kam wieder hoch. Also es war dann wirklich, ja, ziemlich intensiv, was ich da gefühlt habe. Also ja, es hat sich wirklich ziemlich beängstigend angefühlt. Mir kam dann aber wieder in den Kopf. Ähm, das ist eben mit dem Fokus von Eckart Tolle. Und dass ich eben, ja, nicht eben mich die ganze Zeit jetzt mit diesen Angstgedanken beschäftigen muss. Sondern dass ich eigentlich, ja, tun und machen kann, was ich will. Und ich kam dann auf die Idee, wieder zu malen. Weil ich das ja auch schon während einer meiner Erfahrungen gemacht habe. Und ja, dass es ziemlich lustig war. Und ich habe dann angefangen mit meiner Acrylfarbe die Blumen anzumalen, die mir mein Freund mitgebracht hatte. Es war dann aber so, dass ich ziemlich verschallert war. Also, es ist mir tatsächlich immer wieder ziemlich schwer, einen Strich zu machen. Also, ja, wenn man auf Psychedelika malt, ist es auf jeden Fall mit einer niedrigeren Dosis einfacher, als mit einer höheren. Weil, ähm, je höher die Dosis, äh, umso anstrengender wird es, einen Pinsel zu führen. Und ja, 100 Mikrogramm reichen da auf jeden Fall aus, dass es schon langsam anstrengend wird. Ja, und mir kam dann auch in den Kopf, dass im Prinzip alles, was ich so bisher erlebt habe, also alle Erfahrungen, die mein Ego gespeichert hat, dass ich eigentlich beliebig auf die zugreifen kann und, ähm, ja, ja, also auch auf positive Momente zugreifen kann und mir die wieder, ja, hochholen kann, wenn gerade irgendwas Schwieriges hochkommt. Ich brauche diesen Ego-Gedanken jetzt nicht irgendwie irgendeine Macht verleihen und mich darin total drin verlieren, sondern ich kann meinen Fokus eben auch auf, ähm, positive Dinge lenken. Ja, mir eigentlich alles, was ich will, ins Bewusstsein, äh, hochrufen und mein Bewusstsein eben beliebig lenken. Also, den Verstand quasi als Werkzeug benutzen. Dann war es tatsächlich so, dass ich wieder dieses Gefühl hatte, dass ich irgendwie loslasse. Ähm, innerlich. Mein Ego hat sich dann ab und wieder eingeschoben mit Angstgedanken. Es hat eben versucht, sich selber wichtig zu machen, sodass ich eben nicht vom Ego loslasse. Und ich habe dann aber auch, ähm, wieder so gedacht, äh, dass ich eigentlich trotz der Angst eigentlich tun und machen kann, was ich will. Und, ja, mir kam dann wieder in den Kopf, dass ich ja eigentlich spazieren will. Und, ja, ich habe dann meinen Freund gefragt, aber der wollte noch zocken. Und, ja, mir kam dann in den Kopf, dass ich eigentlich, äh, auch alleine rausgehen kann. Und, äh, selbstständig was machen kann, unabhängig von anderen. Also, das ist auch allgemein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit so beschäftige, eben auch alleine sein zu können. Und, ähm, eben nicht nur Halt am Partner zu suchen, sondern eben auch, ja, wie gesagt, selbstständig sein. Und, ja, ich bin dann nach draußen gelatscht. Und, also, ich fand, die Natur hat mir auf jeden Fall gut getan. Aber, ich hatte eigentlich so gedacht, ja, ich gehe jetzt Richtung Naturschutzgebiet. Und, ja, ich habe da so meine Ruhe, kann die Natur genießen. Und es ist alles so richtig schön erleben und mir anschauen. Äh, ich war wohl nicht die einzige Person, die zu der Zeit in die Natur wollte. Und, ja, auf dem Weg sind mir halt immer wieder irgendwelche Leute begegnet. Und, ja, also, ich habe da mittlerweile nicht mehr so Probleme, wenn ich jetzt irgendwelchen Personen auf Psychedelika begegne. Also, ich bin da jetzt nicht mehr ganz so paranoid, wie jetzt bei den ersten Erfahrungen, dass sie das irgendwie merken könnten. Und, ja, ich bin dann eben runter zum Fluss. Und am Fluss entlang gelaufen und habe eben auch meine Hand ins Wasser getan. Und das hat sich richtig schön angefühlt. Und ich habe dann auch überall so in der Natur Muster gesehen. Also, wie so geometrische kleine Fraktalabteile, die eben auf den Stein am Fluss oder zwischen den Blättern, zwischen dem Gras überall war. Es war dann auch so, dass es da eben so ein Blatt gab. Ähm, es hatte so, ja, irgendwie so Wellen außen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und die Form hat mich einfach total fasziniert. Und es hat mich total fasziniert, ja, wie viele Formen es eigentlich innerhalb von so einem kleinen Raum gibt. Und wie vielfältig die alle aussehen. Aber gleichzeitig hat sich das irgendwie dennoch gleich angefühlt, obwohl es, ja, äußerlich so unterschiedlich aussah. Und da war dann eben auch dieses Löwenzahn platt. Und, ähm, da waren eben diese Art Adern bei der Pflanze. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Und es sah dann wirklich so aus, als würde der Löwenzahn so pulsieren. Also, als würde, ja, richtig so das Leben durch diese Adern pochen. Und, ja, diese ganzen Pflanzen haben sich halt total lebendig. Und, ja, ich bin dann weitergelaufen, äh, bis zum Ende, wo man da eben entlanglaufen kann. Direkt am Fluss. Weil irgendwann, ähm, kann man da halt leider nicht mehr direkt am Fluss entlang laufen, weil da eben, ja, dieser Trampffahrt endet. Und der Fluss dann, äh, direkt an so einer Steigung ist, man da eben nicht mehr am Rand entlanglaufen kann. Und ich hab mir dann auch so diese Felswände angeschaut und war total fasziniert von denen. Und, ja, dann war ich kurz am überlegen, ob ich mich da hinsetze und dort ne Weile bleib. Und, ja, es hatte aber die Tage vorher geregnet und deshalb war der Boden dort ein bisschen nass. Also, da war halt auch so Sand und so und es war alles total nass. Und, ja, ich hatte mir zwar eine Decke mitgenommen, worauf ich nicht hätte sitzen können, aber, ja, ich fand das irgendwie nicht bequem. Und dann bin ich wieder, ja, ein Stück zurückgegangen. Und bin dann erstmal ein paar Leuten mit Hunden begegnet. Und, ja, dann bin ich weitergelaufen. Da ist eben dieser Bolzplatz bei diesem Naturschutzgebiet, da bin ich auch wieder vorbeigelaufen. Da war ich auch schon während ein paar Trips. Und da waren dann schon wieder Leute, die irgendwie auf dem Bolzplatz waren und haben irgendwelche Übungen mit ihren Hunden gemacht. Also, ich hatte halt genau die Zeit erwischt, wovor viele Leute eben Gassi gegangen sind. Und, ja, ich bin dann den Weg weitergelaufen. Ähm, dann hab ich aber gesehen, dass da eben ne Baustelle ist. Und ich war mir dann nicht mehr ganz sicher, ob ich da irgendwie weiter kann oder nicht. Und außerdem hätte ich weiter hinten noch über die Straße gemusst. Und, ähm, ja, das will ich in so einem Zustand immer nicht machen. Weil, ja, das natürlich gefährlich sein kann. Und, ja, dann saß da eben auch so ne Familie auf ner Bank. Und, äh, das kam irgendwie voll merkwürdig vor. Also, ich glaub, der Vater hatte dann irgendwie auch so ne Bierflasche rumstecken. Und da war eben auch dieses kleine Kind. Und, äh, Alkohol ist halt auch so ne Substanz, die ich persönlich nicht so arg mag. Und, äh, mir kam das dann so vor, als würden die da jetzt irgendwie rumhocken und sich besaufen. Und das kleine Kind ist da jetzt irgendwie mit dabei. Ähm, also die Eltern würden das machen. Und ich kann's aber nicht genau sagen, ob die jetzt, äh, noch mehr Alkohol dabei hatten oder nicht. Aber es sah für mich in dem Moment einfach so aus. Und, ja, fand ich dann irgendwie nicht so toll. Und ich bin dann eben auch umgedreht, weil da eben die Baustelle war. Hab mich dann auch ein bisschen komisch gefühlt. Weil die eben auch gesehen haben, dass ich umdrehe. Aber, ähm, ja, eigentlich kann's egal sein. Also, früher hatte ich tatsächlich, äh, so ne starke Sozialphobie. Dass ich auch drauf geachtet hab, wie ich irgendwie entlang lauf. Also jetzt nüchtern. Dass das nicht irgendwie komisch wirkt. Und, selbst wenn ich dann irgendwie was vergessen hatte, hatte ich zum Beispiel Angst, wieder umzudrehen und es zu holen. Weil das ja irgendwie hätte komisch wirken können, wenn ich, äh, irgendwie umdrehe. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich scheißegal. Also, ich kann lang laufen, wo ich will. Und, ja, ich bin dann so einen Weg hochgegangen. An so einem Maisfeld vorbei. Und hab dann seitlich vom Weg so einen Platz gefunden, wo ich dann mich zwischen den Bäumen hinsetzen konnte. Das war voll lustig. Da war so ein, ja, so ein großer Heubalm, wie das eben von den Bauern gemacht wird. Und der war da einfach scheinbar, äh, zwischen die Bäume irgendwie reingerollt vom Feld. Und stand da einfach immer noch. Und, ja, ich dachte, ich setze mich da jetzt hin. Und tue innerlich so alles zulassen. Und eben, ja, von allem loslassen. Und davor war es irgendwie auch so, dass ich so überlegt hatte, soll ich jetzt wieder zurück zur Wohnung? Und, äh, ich hatte mich dann aber dagegen entschieden und war da eben diesen Weg hochgegangen. Und dann war es wirklich so, dass sich vor mir, ja, sich alles mehr oder weniger so gedreht hat. Als wäre das wie so, ja, so eine Spirale. Es gab diesen Fixpunkt in der Mitte. Und alles rundherum hat sich dann irgendwie so, ja, kreisförmig verschoben. Und, äh, es war dann aber wieder so, dass dann auch wieder Ängste hochkamen. Und ich war innerlich sehr unruhig. Und, ähm, ja, ich bin dann eben wieder aufgestanden. Und hab meine Decke genommen und bin dann wieder Richtung Wohnung gelaufen. Aber, ähm, hab dann während dem Weg beschlossen, dass ich, ähm, noch zu einem anderen Ort gehe, wo ich auch immer wieder gerne bin. Äh, das ist so, ja, so eine kleine Hütte, wo auch so ein Grillplatz ist und, ja, eben so eine Holzbank und so ein Holztisch. Und, ja, da saß ich auch schon zum Beispiel, ähm, während ich welche Videos aufgenommen habe. Und, ja, ich dachte, ich gehe da hin. Ich hab mich dann auch so mit dem Kopf irgendwie mehr oder weniger auf den Tisch irgendwie so ein bisschen hingelegt. Also so im Halbsitzen. Und, ja, ich hab einfach gemerkt, ich kann zwar mittlerweile immer wieder auch Sachen alleine machen. Und hab eben auch gelernt, dass ich nicht mehr aus Angst immer irgendeine Person vor mir brauche, die quasi auf mich aufpasst. Aber zu zweit ist es halt einfach viel schöner. Und, ja, zu zweit kann man so viele tolle Sachen miteinander machen. Und, ja, man hat einen Gesprächspartner und man kann, ja, irgendwelche lustigen Sachen erleben. Und ich finde, ja, wenn man zu zweit irgendwie lacht, dann ist es viel schöner, als wenn man jetzt irgendwie alleine irgendwas Lustiges sieht und dann lacht. Weil, davor war es so, dass ich mir einfach Gedanken auch gemacht habe, ob das überhaupt möglich ist, in einer Beziehung keinen Halt zu suchen. Also, so bevor die Identifikation mit dem Ego endet, können ja auch irgendwelche Ängste in Bezug auf eine Beziehung hochkommen. Aber deswegen sollte man nicht, meiner Meinung nach, die ganze Zeit irgendwie alleine verbringen. Also, irgendwie alles total einsam verbringen, also, klar, man sollte meiner Meinung nach irgendwie alleine auch zurechtkommen. Aber, ja, man sollte sich eben nicht total abkapseln, nur weil man eben, ja, durch andere getriggert werden könnte oder, ja, das eigene Ego an denen haften könnte. Und, ja, ich habe das einfach so richtig gefühlt, dass ich, ja, mit meinem Freund einfach so viele gemeinsame Dinge eben erleben will. Und ich hoffe einfach auch, dass sich seine Symptome verbessern, sodass es ihm eben auch besser geht. Und, ja, er hat zum Beispiel vor, nächsten Monat, seine erste Ayahuasca-Erfahrung im Rahmen von einer schamanischen Zeremonie zu haben. Und, ja, er erhofft sich halt auch ziemlich viel davon. Und, ja, ich hoffe auch, dass es ihm hilft, weil er eben auch selber immer wieder stark leidet. Ich hoffe halt eben auch, dass es ihm dann besser geht. Und, ja, wie er quasi, ja, gemeinsam durch die Weltgeschichte stolpern kann. Weil momentan hat er eben, wenn es irgendwie darum geht, irgendwo hinzugehen, oft halt sehr viel Angst. Ich wünsche mir halt einfach ziemlich sehr, dass sich das bei ihm bessert. Weil meine Gedanken sind da auch sehr oft deswegen bei ihm. Aber, ja, ich kann halt, ich habe festgestellt, ich kann ihn halt eben nicht irgendwie gesund machen. Ich kann ihm am ehesten eben helfen, wenn ich mir selber helfe. Ich habe dann eben beschlossen, wieder zur Wohnung zurückzugehen. Und, ja, mein Freund hat dann so gefragt, ob er kochen soll. Und, ja, ich habe halt so gemerkt, so, ja, das könnte ich eigentlich die meisten Sachen überhaupt nicht runterkriegen. Und, ähm, er wollte eigentlich veganen Döner für uns dann im Tag machen. Aber, ja, ich weiß halt aus Erfahrung, dass, ähm, auf so einer Substanz eigentlich am besten solche Sachen wie Obst runtergehen. Und, ja, sowas wie Döner ist da natürlich eher schwierig. Weil sich dann so die Konsistenz irgendwie auch total merkwürdig anfühlt und alles. Und, ja, ich habe ihm dann halt eben gesagt, ähm, ja, dass ich gerade eben auf 1p-LSD bin. Und, ähm, seine erste Reaktion war, ob ich ihm eben nicht mehr vertraue. Also, das hat ihn dann tatsächlich auch ein bisschen verletzt. Und, ähm, davor hatte ich dann auch ein bisschen Angst gehabt, dass er mir das übernimmt. Ähm, ich habe ihm dann aber gesagt, äh, wenn ich ihm nicht vertrauen würde, dann würde ich das ihm eben jetzt nicht sagen. Und, ja, ich hatte eben auch so gemerkt, dass ich tatsächlich auch irgendwie eben Angst davor hatte. Dass er das eben weiß, dass ich auf einer Psychedelika sein könnte. Was eben irgendwie dazu führen könnte, dass, ja, er zum Beispiel Angst um mich hat. Also, hatte ich innerlich einfach irgendwie beschlossen, ich scheiße jetzt auf die Angst und, ähm, gebe ihr dadurch keine Macht mehr. Es war dann im ersten Moment so, dass mein Ego das, was ich innerlich gefühlt habe, nach außen projiziert hat. Und ich dann meinen Freund so überhaupt nicht mehr einschätzen konnte. Und ich dann dachte, dass der auch jetzt irgendwie völlig in Panik sein könnte. Und irgendwie voll die Ängste hat. Ähm, Auslöser war, dass er sich eben versprochen hatte. Äh, wegen Kochen. Und ich habe ihm das aber dann auch direkt gesagt. Ähm, wie ich das Ganze gerade eben erlebe. Und ich glaube, es war eben auch so, dass, wenn man eben Ängste fühlt, dann tut man eben auch Vertrauen entziehen. Und ich habe da dann einfach, ja, drauf geschissen und ihn umarmt. Also, ja, scheißegal, was der Kopf sagt. Das hat tatsächlich total geholfen. Also, und ich habe dann halt auch eben gemerkt, je mehr ich mir selber vertraue, umso mehr vertraue ich eben auch meiner Umgebung und eben auch meinem Freund. Und je mehr ich mich selber lieb und je weniger innerlich unsicher ich selber bin, umso mehr kann ich eben auch meinen Freund lieben. Und es war dann halt immer wieder so, dass dann halt immer wieder noch irgendwie die Angst hochkam. Aber ich habe dann immer drauf geschissen und, ja, gesagt, nee, ich vertraue mir jetzt. Und gebe diesen Gedanken eben keine Macht. Und, ja, habe ihn umarmt. Dann war es so, dass ich eben auch, ja, so begriffen habe, dass ich immerzüberschreifend aus allen Dingen, die hier am Jetzt sind, und alles Mögliche eben auch, ja, so für mich nutzen kann. Also, wenn es mir mal irgendwie schlecht geht. Also, ich kann eigentlich alles Mögliche machen. Ich habe ja auch mein Skizzenheft, wo ich entweder irgendwie Sachen reinschreibe. Und, ja, ich habe mir dann auch immer wieder Aufschriebe gemacht. Ja, es war eben auch so, dass mir eben eine Sorge in den Kopf kam, weil ich am nächsten Tag einen Termin bei meiner Therapeutin habe. Und, ja, wegen Schlafen, ich hatte die Sorge, dass ich eben nicht schlafen kann. Und am nächsten Morgen dann, ja, total übermüde dahin muss. Ja, und ich habe dann einfach angefangen zu schreiben. Ich brauche nichts, bereuen, alles wird gut. Morgen ist egal. Jeder Termin kann abgesagt werden, Hauptsache Selbstliebe. Dann habe ich angefangen, Herzen hinzukritzeln. Und habe dann auch geschrieben, Ich kann mit meinen Gedanken, in Klammer Selbst, Liebe erschaffen. Ich kann entscheiden, was ich mit Sinneseindrücken und Erfahrungen anfange. Jedes Gefühl, ich kann entscheiden. Ich kann entscheiden, ob es Macht über mich hat. Und was ich dann auch eben erlebt habe, ist, dass mein Kopf irgendwie so auf alles innerlich irgendwie so vielleicht eine Antwort finden kann, so in der Theorie. Aber, dass es eben vielleicht gar nicht immer ums Antwort finden geht. Also, ich habe mir dann aufgeschrieben, es geht nicht ums Verstehen oder irgendwie Lösungen finden, sondern einfach nur ums Loslassen. Und habe dann auch geschrieben, Ich bin das Fundament, was ich überall suche. Ich kann tun, was ich will. Und dann eben auch, ich kann und das kann immer wieder so umkringelt. Ich muss nichts und nichts hat Macht über mich. Alles ist eh eins. Nicht haften, Herzchen. Alles wird gut. Ja, dann habe ich eben auch noch mit einer Freundin geschrieben. Manel ist die Schwester. Und, ähm, die hat mir dann auch so ein Video geschickt mit so einer Schnecke, die eine Gurke isst. Und das war irgendwie so, ja, so richtig, so billig animiert. Also so von den Effekten. Und ja, wie so eine, ja, ein Liebesvideo zwischen Gurke und Schnecke. Und Schnecke isst eben diese Gurke. Und ja, ich fand das im Moment einfach voll lustig. Was eben auch daran liegt, dass, ähm, ich während einer Erfahrung eben auch mal, ja, eine Schnecke auf der Hand hatte. Und, ja, haben wir so geschrieben. Und ich meinte auch, dass das dann eben so ein Erinnerungsvideo für die Schnecke wäre. Es war, war, ja, auf LSD zu schreiben, das ist, äh, sau schwer. Finde ich. Also, es fühlt sich sau anstrengend an. Und, ähm, ich wollte dann auch Musik hören. Und, ja, ich hätte mir am besten eigentlich vorher irgendeine Playlist machen sollen oder so. Weil da die Sachen rauszusuchen, erwies sich dann auch, ja, als nicht gerade einfach. Also, ja, weil ich mich eben ziemlich verdallert gefühlt habe. Und ich habe da ein Lied rein gemacht, was ich, ähm, gehört habe bei eben so einem Meditationstanz, den ich mal gemacht habe. Also, wo ich einfach getanzt habe, scheißegal, wie es aussieht. Einfach das mich so bewegt, wie es sich natürlich anfühlt. Und, ja, eben egal, was mein Ego dazu sagt. Und, ja, habe dann eben wieder dazu irgendwie getanzt. In der Wohnung. Und, das war dann aber so, dass dann eben, ja, Traurigkeit hochkam. weil ich eben gemerkt habe, dass ich eben jetzt mehr mit dem Ego identifiziert bin als damals in dieser Situation. Und, ähm, ja, da war dann eben voll die Nostalgie da. Ähm, zu eben jedem Moment, wo ich halt schon nicht mehr mit meinem Ego identifiziert war. Und ich war dann eben auch frustriert, dass ich es, ja, jetzt gerade bin. Ja, mir kam dann halt auch wieder in den Kopf, dass es eigentlich hauptsächlich so ums Loslassen geht. Also, ich habe dann irgendwie wieder gemerkt, dass es irgendwie wieder dieses Loslassen hochkommt. Und, eben auch wieder so eine Art von Kontrollverlust. Und, ähm, das hatte ich schon mal während der LSD-Erfahrung, wo das dann auch passiert ist. Aber, ich glaube, auch schon nüchtern. und zwar, dass es sich so angefühlt hat, als würde mein Körper sich von selber bewegen. Heißt, ich habe eben die Kontrolle von den Körperteilen abgegeben. und, ja, einfach mal machen lassen. Also, einfach geschehen lassen. Und, das hielt dann aber leider nur für ein paar Sekunden an, weil eben dann mein Verstand wieder versucht hat, zu begreifen, was man eben nicht begreifen kann, sondern, was man eben nur fühlen kann. Und, ähm, ja, ich konnte eben dann eben nicht vom Verstand loslassen, der eben immer nach einer Antwort sucht. ich habe dann eben nicht mehr nur gefühlt, sondern, ja, gedacht. Und, äh, ja, auch wenn ich da dann wieder rausgerutscht bin, allein die paar Sekunden waren so wunderschön, das glaubt ihr mir gar nicht. Also, außer ihr habt sowas schon mal erlebt. Also, ja, Kontrollverlust kann tatsächlich, äh, was Wunderschönes sein. weil in diesen paar Sekunden halt eben ich gemerkt habe, das Ego hat keine Macht mehr über mich. Aber, es ist halt leider wieder durch die Hintertür reingekommen. Und, ähm, das ist tatsächlich in letzter Zeit halt immer wieder der Fall, dass ich so merke, dass ich eben, ja, innerlich loslasse. Also, dass das irgendwie so beginnt. Aber, ähm, dann kommt immer so mein Ego und blustert sich schön auf und versucht eben wieder Macht zu haben. Und, ähm, da bin ich gerade eben auch noch am Lernen. Ja, das wirklich zulassen zu können. Also, nicht mehr an allem möglichen zu haften. Ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte, ich hatte ja meinem Freund erzählt, dass ich eben auf 1P bin und das Lustige war, dass er das tatsächlich nicht mal gemerkt hatte. Obwohl ich eigentlich so voll sicher war, dass er das, ja, merken würde. Ich hatte eigentlich die Erwartungshaltung, dass er das eh eventuell schon gecheckt hat. Ähm, dem war aber überhaupt nicht so. Und, ähm, er hatte halt einfach nur gedacht, dass ich, ähm, momentan, ja, eben, innerlich sehr viel erlebt, was mein eigenes Ego angeht. Und eben auch teilweise davon loslasse und dass ich deswegen so bin. also, ja, man denkt ja auf Psychedelika oft, dass andere das merken, aber das ist, äh, eigentlich überhaupt nicht oft der Fall. Ich hab dann eben auch daran gedacht, dass ich halt wirklich endlich mal wieder regelmäßig meditieren sollte, weil die Tage davor hab ich es nicht schleifen lassen und es hat sich halt bemerkbar gemacht. Also, dass ich eben diese Erlebnisse, die ich auf Psychedelika hab, halt wirklich auch in den Alltag integrieren sollte mehr. Ähm, was ich auch schon teilweise gemacht hab, aber dann gab's halt eben wieder Phasen, wo ich's hab schleifen lassen und, ähm, ja, eben auch dieses, den eigenen Fokus lenken, dass ich das eben auch in meinen Alltag integrieren sollte und eben halt auch wirklich in nächster Zeit üben will, so diesen meditativen Zustand halt auch als Alltagszustand zu haben. Ja, mir kam dann auch in den Kopf. Vielleicht ist es eben dieses Ego als Werkzeug nutzen, wenn man halt wirklich seinen Verstand nur noch so gebraucht, wie man eben mag und der Verstand einen eben nicht mehr selber kontrolliert und man eben auch seinen Fokus beliebig lenken kann und ja, das Ego eben nur noch für so Sachen nutzt wie, keine Ahnung, wo es eben konstruktiv da ist. Also, und ich hab das Gefühl, dieses Ego als Werkzeug ist was, was ich jetzt auch wirklich eher auch im Alltag üben sollte und ja, man kann eventuell nicht alles irgendwie mit einer Psychedelika erreichen. also, es ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, aber ja, man muss diese Erfahrung eben auch integrieren und ja, eben im Alltag die Dinge anwenden, um halt dauerhaft so einen Zustand zu haben, wo eben die Identifikation mit dem Ego nicht mehr da ist und ich kenn persönlich einen Mann, der ist, also dieser Trommeltyp, den hab ich schon ein paar Videos erwähnt, der ist ja, seit über 30 Jahren eben erleuchtet und sein Ego ist eben nur noch auf eine konstruktive Art und Weise da und ja, ich hab mir dann halt auch eben so Gedanken gemacht, weil ich halt so oft aus dem Zustand rausrutsche, ob das überhaupt jeder erreichen kann, dass er dauerhaft in dem Zustand bleibt, weil ich halt eben ja auch die kombinierte Persönlichkeitsstimmung hab und ich hab mich dann halt eben auch gefragt, ob man das überhaupt mit einer Persönlichkeitsstörung erreichen kann. Ich hab dann aber auch von jemand anderem gehört, der muss tatsächlich jeden Tag in sich selber fallen und loslassen, dass er eben diesen Zustand aufrechterhalten kann und ich halt's für möglich, dass man bei der Persönlichkeitsstörung, wenn man das eben aufrechterhalten will, nicht nur einmal am Tag innerlich loslassen muss, sondern vielleicht sogar mehrmals, besonders vielleicht sogar am Anfang, sodass man eben ja stabil in diesem Zustand ist und einem ja nicht mehr so leicht was rausreißen kann und irgendwie triggern kann und ja und das Ego sich dann wieder so irgendwie aufblustert und es war dann auch noch so, dass ich dann eben auf den Balkonhaus gegangen bin und ja geraucht hab und dann war es eben so, dass ich bei den Nachbarn den Fernseher gehört hab und da lief irgendwas, irgendein Bericht über irgendeinen Film mit so einer Frau, die sich irgendwie verstellt wegen so einem Typen, damit er sie mag, also irgendwie gibt sie ein falsches Alter an und irgendwie sowas und dass sie eben auch auf Social Media sich irgendwie ja irgendwie voll toll darstellt und von den Worten, die da genutzt wurden, hatte ich das Gefühl, dass es mich eben auch an Dinge erinnert hat, die ich schon selber so gemacht hab und ähm das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder bei mir selber hochkommt, wenn ich halt eben jetzt sowas wie YouTube-Videos mach, ähm wenn die Identifikation mit dem Ego da ist, dann ist halt auch immer so die Sorge, äh, was denken andere darüber und wie kommt es an, weil ich trete ja über kontroverse Themen, also Thema Drogen ist halt ja in der Gesellschaft leider noch nicht wirklich akzeptiert, auch wenn man das auch zu therapeutischem Zweck benutzen will oder eben zur Bewusstseinserweiterung und ja ich hab dann halt auch immer wieder Unsicherheit gespürt und keine Ahnung, auf dem Kanal rede ich halt eben auch über Sachen, wo es mir eben mal nicht gut geht oder wo ich ziemlich verklatscht aussehe oder ja manche das irgendwie vielleicht sogar als peinlich bewerten würden, wie ich da aussehe ähm ja und deswegen hab ich tatsächlich auch immer wieder Unsicherheit gespürt aber eigentlich ist es egal, was die Leute so über Social Media denken, also ich hab den Kanal ja eigentlich auch wegen mir selber angefangen und ja ich denke zum einen, je ehrlicher ich hier bin, umso besser ist es tatsächlich auch für den Zuschauer, weil dann wird nichts verherrlicht zum einen und was halt auch diese ganze Ego-Geschichte angeht es ist glaube auch einfacher oder leichter den Prozess zu verstehen, wenn ich eben nicht ja nur so irgendwie groben Floskeln irgendwie von mir gebe und jetzt irgendwie so tue als wäre ich so voll der Guru und ich weiß alles und hier findet ihr die Lösung sondern ja was ich jetzt bei einer neuen Erde zum Beispiel der wird ja nicht direkt auf den Zustand eingegangen der direkt davor ist bevor die Identifikation mit dem Ego endet oder halt auch diesen Fall an sich und ja ich denke könnte auch daran liegen weil das ziemlich intime Themen sind aber ich finde einfach darüber sollte auch aufgeklärt werden also auch wenn da in solchen Phasen enorm schwierige Sachen hochkommen können ja ich finde es es fühlt mir auf jeden Fall selber gut darüber zu reden so als Mittel auch um das irgendwie zu verarbeiten und die Erfahrung irgendwie einzuordnen aber ja ich denke ich denke je mehr man eben darüber weiß wie das alles ja funktionieren kann mit dem Ego loslassen und so weiter umso besser ich habe aber ehrlich gesagt auch festgestellt dass irgendwann eben dieser Punkt kommt und da weiß man so voll viel so in der Theorie und erlebt es dann aber trotzdem nicht in der Praxis und das ist eben das was ich auch schon vorhin gesagt habe die Lösung ist die Lösung also eben das Loslösen und nicht dieses nach einer Lösung innerlich im Kopf suchen also einfach eben erleben im Moment sein und ja eben nicht mehr haften ganz ehrlich ich brauche mich nicht verstellen es gibt genug Leute die das hier auf der Plattform machen und das nervt mich eh selber und dann brauche ich auch nicht selber so eine sein später war es dann so dass ich dann eben auch noch schlafen wollte aber ja ich war halt eben noch gut drauf und ja ich habe dann halt einfach Zeit am Handy verbracht ja man muss sich eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Gedanken machen es geht halt auch manchmal darum einfach nur Spaß zu haben und den Moment zu genießen also ich habe letztens ein Video angeguckt da hat jemand erzählt dass er während einer LSD oder Pilzerfahrung irgendwas angeschaut hatte irgendeinen Film und er meinte dann dass das ja eigentlich nicht so Sinn der Sache ist also dass man da halt eben bei so einer Erfahrung eher sein Bewusstsein erweitern sollte und ich finde auch dass es auf jeden Fall eine wichtige Sache ist für einen selber aber Spaß ist in meinen Augen halt auch eine wichtige Sache also was eben auch für einen selber voll die wichtige Erfahrung sein kann was vielleicht eben auch das sein kann was man in dem Moment braucht ich finde gerade wenn man auch Freude empfindet kann man tatsächlich auch loslassen also das Ganze muss nicht auf ne auf ne Art und Weise stattfinden die sehr diszipliniert ist und ja wo man halt so voll ruhig ist und alles man kann das halt natürlich auch tatsächlich ja auf ne lustige Art und Weise erleben auch wenn das natürlich jetzt voll das wichtige Thema ist aber ja die Erfahrung hab ich einfach gemacht und ja ich hab dann noch eben so was angeschaut also so ein Livestream auf Twitch von jemandem der heißt Tomato mein Freund hat den abonniert und ich hab da halt so reingeschaut und da ging es irgendwie um so ein Spiel das heißt Kindergarten und ja das ist voll der böse Humor und am Anfang hatte ich dann halt so voll die Probleme das zu lesen was da stand weil meine Konzentration halt sehr wechselhaft war und ich die Wörter auch gar nicht richtig verarbeiten konnte also das waren einfach nur immer wieder Buchstaben aber ja mein Kopf hat die nicht zu Wörtern immer wieder zusammengesetzt und davor hatte ich auch auf YouTube mit meinem Freund ein bisschen was angeguckt und ich hab da tatsächlich voll lange immer wieder gebraucht bis die Worte irgendwie so bei mir angekommen sind und das ist ja auch so eine Sache mit der Sprache Sprache kann halt auch immer eine Begrenzung vom eigenen Bewusstsein sein manche Dinge kann man gar nicht in Worte fassen sondern eben nur selber erleben und fühlen und man kann manche Dinge gar nicht wirklich beschreiben ich konnte dann tatsächlich auch einschlafen obwohl ich immer wieder die Sorge hatte dass ich es nicht kann ähm ja also ich hab dann einfach so die Wirkung eher so gemütlich ausklingen lassen ja am nächsten Tag hab ich dann auch noch die Erfahrung mit meiner Therapeutin besprochen ähm die weiß ja von meinem Konsum und ich fänd's tatsächlich auch toll wenn ich so ne Erfahrung komplett unter therapeutischer Anwendung mal erleben könnte aber ja unsere momentane Drogenpolitik lässt es ja leider nicht zu aber ja dadurch dass meine Therapeutin ja eine ziemlich liberale Einstellung hat konnte ich im Prinzip das ganze was ich erlebt hab dann auch noch mit ihr besprechen und ja sie hat mir dann auch empfohlen nicht nur zu meditieren sondern eben auch sowas wie Traumreisen zu machen ähm ja was halt auch was sein kann was einem hilft was dann eben nicht nur die ganze Zeit in diesem Denken ist und dass einem das Denken irgendwie aufhält äh sondern dass man halt wirklich ja auch mal abschalten kann und Ruhe findet die Tage danach war es dann auch noch so dass immer wieder schwierige Gefühle also Ängste hochgekommen sind und lustigerweise hat mein Freund dann vorgeschlagen dass ich nochmal ein Speerliste nehmen sollte aber ich bin da der Meinung dass man das eigentlich erstmal integrieren sollte also er meinte dann dass ich das keine Ahnung jede Woche oder alle zwei Wochen machen könnte aber ja sowas wie Psychedelika das ist halt so eine intensive Erfahrung und für mich war das tatsächlich auch ziemlich anstrengend und ja wenn man das so oft macht dann hat man gar nicht die Möglichkeit das ganze Erlebte äh in den Alltag zu integrieren also ich finde es braucht da immer so ein bisschen Pause dass man ja bereit ist für die nächste Erfahrung es kommt natürlich auch immer auf den Trip drauf an was das für einer ist ähm wie intensiv das ist aber ja Psychedelika sind meiner Meinung nach nichts was man äh jedes Wochenende macht und mir kam dann aber die Idee dass ich eventuell äh Microdosing mal machen könnte und das habe ich dann auch vor nächster Zeit mal ausprobieren also ja ich will jetzt erst mal eben die Erfahrung sacken lassen und wieder auch regelmäßiger meditieren das habe ich jetzt die letzten paar Tage auch immer wieder gemacht also momentan mache ich es wieder täglich und ich finde es tut mir auf jeden Fall gut da ist zwar auch immer wieder so ein innerer Schweinehund da der ja nicht so richtig Lust hat manchmal oder besonders am Anfang dass ähm mein Ego dann auch irgendwie an irgendwas haftet zum Beispiel ja dieses Geräusch stört mich jetzt und lenkt mich ab oder so aber je länger man es macht umso weniger stört man sich dann an den Dingen und ja kann dann einfach irgendwie loslassen ich finde einfach die Erfahrung hat mir gezeigt dass ich eben nicht so verkopft sein sollte und einfach handeln sollte also klar ich kann theoretisch den Fokus von meinen Gedanken bestimmen aber wenn ich zu lange darüber nachdenke wo ist jetzt mein Fokus und ähm was passiert da gerade das bringt mir irgendwie auch nichts also dann bin ich wieder zuverkopft so meine ich das und ja das Beste ist tatsächlich ja einfach zu handeln finde ich momentan und was ich auch noch sagen will ist ähm ich habe die Substanz ja jetzt äh in einem eher schwierigen Set und Setting eingenommen und äh sowas nachzumachen würde ich tatsächlich nicht empfehlen ähm weil ja man muss halt also es kamen wie gesagt immer wieder sehr schwierige Gefühle hoch und ja es kann halt sein dass es manche Leute gibt die können damit nicht umgehen und dem sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein ich habe das Gefühl auch wenn da immer wieder schwierige Dinge hochkamen hat mir das Ganze auf jeden Fall gut getan was ich eigentlich so in nächster Zeit vorhabe ist halt wirklich ja weniger denken einfach erleben und ja einfach sein ähm was ich noch ergänzen wollte zu dem Drittbericht ähm ist halt völlig vergessen zu sagen und zwar mir kam dann auch in den Kopf dass eigentlich ich momentan mit jedem Zustand verbunden bin bei dem ich jemals so in meinem Leben war oder sein werde und ähm also das alles jetzt ist und ähm das bedeutet natürlich auch dass ich ähm momentan mit jedem Zustand verbunden bin wo ich ähm nicht mehr mit meinem Ego identifiziert war und ähm oder ich gerade innerlich im Fall war oder so und ähm ja ich eigentlich auch wenn ich es manchmal nicht fühle ja also immer noch damit connected bin und ähm das dadurch irgendwie auch ja wieder hochrufen kann also dieser Zustand ist eigentlich nie weg der schlummert in einem die ganze Zeit was ich dann auch noch gemacht habe ist dass ich eben hier die angemalten ja Blumenblüten äh hingeklebt habe und eben hier ja mit Edding das so gemacht habe und hier auch eben ja das aus einer Zeitung ausgeschnitten habe also was mir eben auch in den Kopf kam ja die Lösung ist die Lösung was ich ja vorhin schon mal gesagt habe und ja dann habe ich hier auch noch ein paar von den restlichen Blütenblättern hingeklebt ähm das Pappding war bei so Glitzersteinen dabei die ich mir letztens gekauft hatte und die ich auf einer Goa ja mir ins Gesicht gebäppt hatte und ja ich habe dann einfach diese Linien waren schon da und ich habe dann einfach diesen Frauenkörper mit den bunten Blumen gefüllt und ich habe dann auch noch